Der perfekte Urlaub zu zweit oder mit Familie wartet im Hotel Lohmann All Inclusive auf die Gäste. Besonders für die Kleinen ab drei Jahre gibt es im Kinderclub großen Spaß. Da kommt keine Langeweile auf und viele neue Freundschaften werden geschlossen. Familienfreundliche Zimmer und Apartments in ruhiger Lage mit Blick auf die einzigartige Gebirgswelt der Dreitausender lassen den Urlaub zum unvergesslichen Erlebnis werden. Lohmanns All Inclusive, das ist köstliches Frühstückserlebnis, Wellness und ein besonderes Abendbuffet mit allem, was das Herz höher schlagen lässt. Musik 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 Musik